Das Video, was jetzt folgt, gehört eigentlich in die Kategorie vielleicht überflüssiger Dumsinn, den man so in Lightroom machen kann. Andere werden es brauchen. Es geht nämlich hier oben um das hier, um dieses Logo. Ich habe mich gefragt, bei anderen steht da was anderes und habe mich schlau gemacht und man kann es ändern. Wie das jetzt geht, das zeige ich euch kurz in diesem Video. Ja, wofür muss man hier seinen Namen stehen haben? Ich weiß es nicht. Es sieht einfach cool aus und weil es cool aussieht, zeige ich euch mal, wie wir hier aus Lightroom CC zum Beispiel unser Logo machen. Das Ganze geht über Bearbeiten, Einrichtung der Erkennungstafel. Es kann sein, dass das in Lightroom 5 ein bisschen anders aussieht. Grundsätzlich geht es aber in Lightroom 5 genauso wie in Lightroom 6. Ihr müsst hier auf Personalisiert gehen und habt jetzt die Möglichkeit, sowohl eine formatierte Texterkennungstafel einzublenden, als auch eine grafische Erkennungstafel. Jawohl. Und was schreiben wir da? Zum Beispiel unsere Internetadresse www.kranzkreativ.de So, die Schriftart gefällt mir noch nicht. Ich habe ja meine Hausschriftart. Das ist die Myriad Web. Nein, das ist nicht die Myriad Web, aber sie fängt auch mit M an. Wie heißt das Ding jetzt? Müttel, Müttel, Müttel. Ich weiß nicht, wie meine eigene Schrift heißt. Wie schrecklich ist das? Lasst uns die Schrift suchen. Sie ist weg. Moonflower. Moonflower heißt sie. Also für alle, die wissen wollen, wie diese Schriftart heißt. Sie heißt Moonflower und sie gibt es in Bold und Normal. Bold gefällt mir. Fett können wir vielleicht noch ein bisschen größer machen, damit ihr beim Video auch alle erkennt, wer da eigentlich die Videos macht und wie auf meine Homepage kommt. Und wir sagen, okay, ist das nicht geil? Ich habe jetzt hier oben meine Internetadresse. Ja, und wir können auch ein Logo einbinden. Das können wir auch mal machen. Einrichtung der Erkennungstafel. Und wir wollen dieses Mal eine grafische Erkennungstafel verwenden. Ja, und da müssen wir ein Bild hochladen. Das müssen wir uns erstmal kredenzeln. Deshalb gehe ich hier mal kurz in Photoshop, mache mir eine neue Datei. Und die soll in Pixeln nicht unbedingt breiter als 250 Pixel sein. Die Höhe jedenfalls darf 45 Pixel nicht überschreiten, weil dann ist Sense. Ja, 250 mal 45 Pixel. Wir sagen einmal okay. Haben einen weißen Hintergrund. Den finde ich jetzt gerade doof. Deshalb mache ich mir eine neue Ebene. Löch mal eben den Hintergrund raus. Wir wollen den Hintergrund ja farblos haben. Und werden nachher ein PNG schreiben. So, was brauchen wir? Ich schaue mal gerade hier in meine Logo Cloud. Wer nicht weiß, wie das hier funktioniert mit den Bibliotheken. Da gibt es ein hübsches Video von mir drüber. Dann brauchen wir den Kreativ. Fumm. So, ich mache mir den mal ein bisschen kleiner. Nein, ich ziehe mir erst den Kranz mit drüber. Die sind nämlich gleich groß. Und wenn ich die jetzt beide anpacke, kann ich die schön gleich klein ziehen. Gleich groß klein ziehen. Genau. Das Kreativ, das muss hinter den Kranz. Vielleicht machen wir das doch noch ein bisschen breiter. Oder machen wir das breiter? Wir machen das einfach breiter. Arbeitsfläche Pixel. Statt 250 nehmen wir jetzt Kackfresh 350 Pixel. Mal schauen, ob es nachher hinhaut. So, der Kranz, der rückt jetzt hier noch ein bisschen rüber. So in etwa. Und damit wir wissen, dass es das auch als Internetadresse gibt, kommt da ein Punkt.de. Das ist jetzt riesengroß. Machen wir uns ein bisschen kleiner. Steuerung T hilft mir auch dabei. Schriftfarbe haben wir weiß. Sieht auch irgendwie blöd aus. Obwohl, wir haben einen schwarzen Hintergrund. Ne, ne, ne. Wir lassen das mal weiß. Damit ich mir sehe, mache ich mir schnell eine Ebene. Fumm. Werde die Ebene schwarz färben. So sieht es dann auch in Lightroom aus. Warum hat das nicht funktioniert? Ich kann mir die Ebene nicht färben. Ich muss sie mir füllen. Ihr seht schon, ich bin ganz aufgeregt. Weil das hier ist schon irgendwie eine Wahnsinnsgeschichte. Ich werde mir jetzt meinen Kranz kreativ ganz nach links schieben. So. Dann nehme ich mir meinen DE. Mach es noch ein bisschen kleiner. Flupp. So. Schiebe mir das jetzt auch nach links. Das mache ich mit den Pfeiltasten. Damit es auch schön genau wird. Ach Gott, was eine Verschieberei. Ja, und gucken wir mal. Gefällt es mir so? Naja. Das DE sieht doof aus, ne? Will ich aber haben. Weil es geht ja um meinen Internetauftritt. Und auf den sollt ihr doch alle gucken. Und deshalb machen wir das ja überhaupt nur. Wofür sollte man sonst so etwas machen? Ach ja, weil es cool aussieht. Genau. Ich schiebe das mal noch da rüber. Dupliziere mir meine DE-Ebene. Die habe ich jetzt zweimal. Die schiebe ich mir mit gedrückter Shift-Taste mal nach links. Mach da flott ein W-W-W-W-D raus. W-W-W-W-Punkt. So. Die schieben wir jetzt auch noch ein bisschen darüber. Und dann haben wir unser Logo. So ein bisschen. Machen wir das doch hier weiter rüber. Ach ja, so sieht es gut aus, glaube ich. So, fertig ist die Maus. Ich will jetzt das ganze Paket noch ziemlich weit nach links schieben. Etwas vermitteln. Und die Hintergrundebene, die blenden wir uns wieder aus. Das Ganze speichern wir für weboptimiert. Und zwar als PNG24. Sagen speichern. Einfach mal auf den Desktop damit. Das ist der Logo Kranz. Speichern. So. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich habe es überhaupt noch nicht gemacht. Ihr seid wie immer live das erste Mal dabei, wenn ich so einen Blödsinn hier ausprobiere. Und zack, da ist es. Ach, das sieht super aus, gell. Mir gefällt der Abstand nach unten noch nicht. Da können wir schnell nochmal was dran ändern. Zurück nach Photoshop. Fum, da sind wir. Bild löschen, Datei suchen und nochmal hochladen. Ja, so gefällt es mir. Hach, guck mal hier, das sitzt zu weit nach links. Also, ihr könnt einfach hier ein bisschen ausprobieren. So sieht es nämlich aus. Ich sage okay und ihr habt gelernt, wie man, ob es nun sinnvoll ist oder nicht, hier oben www.kranzkreativ hinschreibt. Könnt ihr jetzt alle machen. Ich freue mich, wenn ihr mein Logo demnächst oben in Lightroom habt. Ich schicke euch noch schnell die Datei dazu. Nein, Quatsch. Ihr stellt dort oben euer eigenes Logo ein und freut euch, wie ich, dass das jetzt so geil aussieht. D Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020